Es war unser Wunsch, eine Linie zu entwickeln, die das Zuhause der Haut von Menschen wird, die schon immer auf der Suche nach ihrer perfekten Pflege waren. Eine Pflege, die unkompliziert ist, eine Pflege, die sehr schnell die Haut zum Positiven verändert, durch diese hohe Konzentration von natürlichen Vitaminen, eine mikromolekulare Verarbeitung, sehr viel Natur, von Mineralien bis Pflanzenstoffen, die nicht über 30 Grad erhitzt werden. All das trägt dazu bei, dass die Haut sich wohl fühlt, dass sie sich gebettet fühlt, hundertprozentig versorgt, sich toll regenerieren kann und ihre schönste Leuchtkraft entwickelt. Phytomineral ist eine Linie für jeden, der Haut hat, sozusagen für die ganze Familie. Sie hat nicht nur die Möglichkeit, Nährstoffdefizite der Haut auszugleichen mit fulminantem, starken Vitamin E, Zellschutzvitaminen, aber mit sieben Pflanzen und sieben Mineralien fördert sie auch bei einer Haut, die strapaziert ist, zum Beispiel die Kollagenproduktion. Sie verursacht durch ihren hohen Nährstoffgehalt, an natürlichen Vitaminen, an Mineralien, alles was die Haut braucht, um schön zu sein. Sie verursacht dadurch wieder Leuchtkraft, Lebendigkeit und ein strahlendes Aussehen und ist für die empfindliche Haut, wie meine, der beste Schutzmantel. Alle Wirkstoffe wurden nach besonderen Prinzipien ausgesucht, um Nährstoffdefizite in der Haut auszugleichen. Unser Leben heute ist ein anderes als das, was unsere Vorfahren hatten. Stress, Lichtalterung, viel vorm Computer sitzen, viel in Innenräumen sein und gleichzeitig, wenn man draußen ist, eine wesentlich intensivere Sonnenstrahlung zu haben. Deswegen steht Reparatur an allererster Stelle zusammen mit dem Schutz der Haut und gleich dahinter der Aufbau von Feuchtigkeit, der Aufbau von Kollagen, strahlende Haut zu haben mit höchstem Zellschutz. Nachhaltigkeit spielt in unserem Unternehmen eine sehr, sehr große Rolle. Hat mit den Anfängen des Unternehmens zu tun. Wir haben mit biozertifizierter Kosmetik vor beinah 25 Jahren angefangen und haben verschiedene Marken und verschiedene Rezepturen auf den Markt gebracht und irgendwann mal kam Judith Williams Cosmetics dazu. Nachhaltigkeit ist im Kern unseres Unternehmens fest verankert. Von dem ersten Rohstoff bis zu der Verpackung sind wir in einem großen Nachhaltigkeitsprozess, haben Nachhaltigkeitsbeauftragte und ja, das bleibt immer, immer spannend.